Ich habe von der Firma Steadymaker den neuen Bobbuster bekommen und was der kann, das seht ihr in diesem Video. Ich habe das Ganze beim Ronin M probiert und da tauscht man einfach das normale Hände, was ich hier habe, mit dem Bobbuster aus. Der Bobbuster dämpft die Auf- und Abbewegungen, die einfach beim Laufen, beim Gehen oder beim Stiegen gehen passieren. Als erstes möchte ich euch zeigen, was der Bobbuster beim Gehen bringt. Und dazu gibt es eine epische Musik. Bis zum nächsten Mal. Sorry, dass ich euch kurz störe, aber eins muss ich euch sagen, der Bobbuster bringt extrem viel beim Stiegensteigen. Also das passiert jedem, wenn man Stiegen steigt, dass da eine so eine Auf- und Ab-Bewegung ist und der Bobbuster dämpft einfach alles ab. Also man glaubt wirklich, die Kamera schwebt nach oben, aber seht doch nicht mehr selbst. So als Extremtest möchte ich euch noch zeigen, wie der Bobbuster agiert und arbeitet, wenn man läuft. Meine persönliche Meinung zum Bobbuster ist jene, also ich finde das Produkt einfach der Hammer. Auch wenn das jetzt noch in den Startlöchern ist, für knapp 100 Euro bekommt ihr ein Produkt, was qualitativ sehr gut ist. Es werden drei verschiedene starke Federn mitgeliefert, je nachdem wie schwer eure Kamera ist. Der Bobbuster ist genauso gut für einen Einhandgängel, zum Beispiel für den Zinoan Crane oder für den neuen Ronan S. Aber wenn es mittlerweile Lemon ist, das ist nicht mehr, also nicht mehr, zum Beispiel für den